das ist geschehen youtube und herzlich willkommen zu mw3 ich habe den dlc bekommen von gamekeys.net geht dorthin und holt ihn euch auch für 9 euro irgendwas billiger als bei steam für 15 euro und funktioniert alles und ich wollte gerade aufnehmen aber jetzt gehe ich wieder raus weil ich suche eine map die vom dlc ist die neu ist und das ist diese liberation glaube ich eine der neuen maps und dabei ist hier als co-moderator zaydi hallo zahdi zahdi nein eigentlich heißt hier sei die aber ich sage immer zahdi kann man hier nicht irgendwo bei diesem dreck spiel mal einstellen dass man nur die neuen maps spielt magst du jetzt mich magst du jetzt mich ich frage please all take liberations ja wo man das machen kann ja ich habe von mw3 keine ahnung das ist toll aber ich denke nicht dass was machen kannst äh sick o log ah gut liberations wird ausgewählt eine neue map vom dlc wie gesagt auf gamekeys.net gibt es den dlc für 9 euro und ein paar gequetschte holt ihn euch da funktioniert alles perfekt sieht man ja bei mir sonst könnte ich da nicht spielen so dann gehen wir mal unsere klasse auswählen ich bin mit der pp 90 m1 unterwegs mit rückstoß visier und die mp9 als akimbo und ich habe mir mal so ein paar tipps geben lassen von youtuber die mir geschrieben haben bei mw3 weil ich so schlecht bin ich soll doch mal so um eine ecke gehen und das habe ich jetzt öfter mal gemacht daher funktioniert das auch alles hier so ein bisschen besser ich hatte ein paar runden die waren nicht schlecht die waren wirklich nicht schlecht oh gott die habe ich leider nicht aufgenommen leider 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 ok hat einer eine semtex geworfen ok ich sehe hier noch gar keine gegner was aber nicht schlecht ist also die map finde ich ganz cool bis jetzt gefällt sie mir sehr sehr gut ich habe sie vorher schon mal gespielt deswegen kenne ich da so ein bisschen aber das war ein kollege von mir wie kann man leute muten wie geht sowas ich weiß das kann ähm ich glaube entweder musst du auf escape drücken dann steht da irgendwas oder auf tab dann kannst du dir irgendwie ah spieler stumm schalten stumm ich schalte einfach alle stumm das war doch ein enemy der hier durchgelatscht ist meine ich doch ich stand in der ecke und habe alle stumm geschaltet der enemy ist an mir vorbei geraten hat das nicht mal gesehen dass ich da stande wie geil ist das denn alter ich hab dir nicht vor mir liegen sehen das kann nicht sein oder ok da muss irgendwo was sein alter der liegt genau vor mir und ich sehe den nicht oh mann ey das ist immer so geil wenn du die leute nicht mal siehst obwohl sie direkt vor deiner fresse liegen ah da hinten im loch war der oh mann die leute regen sich gerade schon wieder voll auf aufklärungsdrohne online Verklärungsdrohne online Nein, 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 nein Alter, ich habe den nicht einmal getroffen, voll krank Ich glaube, ich muss bald wieder mal meine UMP nehmen Hier muss jetzt einer kommen gemeint doch Okay, die Drohne brauche ich jetzt nicht benutzen weil das Radar ist gestört. So, den nächsten haben wir auch. Ah, so ein bisschen geht das schon hier mit MW-Durchfall. Oh, und jetzt kann ich das anmachen. So, dann nehmen wir nochmal die Westen. Wo ist denn hier die 6? Da ist die 6. So, dann zappen wir uns da. Oh, ich hab grad gedacht, der hat mich jetzt erwischt. Ah, jetzt nehmen sie alle Westen von mir, die Säcke. Ich glaub, hier vorne um die Ecke ist einer. Da ist er, mein ich doch. Der lag hier irgendwo. Da muss man nur ein bisschen drauf achten, von wo die Schüsse kommen. Und dann geht das auch. Dann kann man das alles reißen hier. Ah! Ah, das war ein Feind. Okay, den hab ich erkannt, aber nicht gemerkt, dass das wirklich ein Feind war. Tja, so kann's gehen. So, dann hab ich ihn gepownt. Shit, meine Westen sind weg. Die wollte ich mir grad nochmal anträgen. Wollt mir mal eine anträgen. Hätten mir eine Oma jetzt gesagt. Trägt die on. Irgendwo hier ist einer. Da. Da, ba, bam, bam. Du Opfer, Alter. So wird das gemacht. Habt ihr das gesehen? Oh, das ist ein Kollege. Okay, ich bin immer... Da, 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 da. Gut, da hab ich einen Assist bekommen. Da wird gemessert. Als Akimbo hab ich die M9 oder was das hier ist mit. Finde ich aber gar nicht gut irgendwie, die Akim muss. Ich find das... Ich find die Waffen einzeln... Viel, viel cooler, als wenn man das irgendwie... Ja, habt ihr das gesehen? Alter, ich werd immer besser in dem Game, ey. Oh, da ist einer. Ich hab den gar nicht gesehen. Ich hab einfach drauf geballert. Au, 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 au. Au, 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 au. So, und jetzt gucken wir natürlich. Da wir mutig sind. Könnte aber auch sein, dass der jetzt... Ach, Mist. Schade. Der war besser als wir. Wow, what the fuck? Ach so, ne Drecksmine. Blockiert unser Radar. So, da hab ich welche geflasht. Und dann bin ich wieder selber drauf gegangen. Wie viel hab ich jetzt? Kills? 12,9. Ist nicht schlecht. Achtung, feindliche Vorräte. Abwurf, Eskorte ist unterwegs. Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Da vorne sind wieder welche gestorben. Also ich achte immer mehr so drauf, wo Leute sterben, zum Beispiel, weißt du? Zadie? Zadie? Ja, ja, ja. Also ich bin so ein Typ, ich... Achte mal darauf, wo Leute sterben. Abwurf bestätigt. Okay, jetzt hier sind die Abwurfstelle, ist hier. Nein! Nein! Oh Mann, da hätte ich Kills machen können. Kacke. An der Absturzstelle hätte ich ja zu geile Kills machen können. Ich geh mal hier rum, weil hier müssen irgendwo welche sein. Genau, da war ein Enemy. Abschluss haben wir bestätigt. Das Coolste ist, wenn ich 15, 16, 17, 18 noch ein paar Abschüsse schaffe, dann krieg ich die... Oha! Irgendwas Gutes krieg ich dann. Wie schön, ne? Oha! Oha! Das Schlimmste ist dieser Skill... Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Alter. Das ist der größte Noob-Skill, den ich kenne. Fuck, ich hab nur Assists bekommen. Nein, 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 nein! Shit! Wie viel hab ich? 16, 17, 18, zwei noch. Oh Mist. So, ein noch. Kommt, ein noch. Ein noch. Ein abgefuckten Abschluss noch. Bitte, bitte. Nein! Oh, ich raste aus, komm. Ein Abschluss noch, komm schon, komm schon, komm schon. Darf jetzt nur nicht zu hektisch sein. Jetzt! Hab ich sie gekriegt. So, jetzt geht's ab, warte. Oh, jetzt geht's ab, warte. Jetzt muss ich das mal probieren. So, die 7. Zack. Jetzt kommen Jaggernauts hierher. Und was kann ich jetzt damit machen? Wow. Ich hab so eine Maske die ganze Zeit und die Leute konnten nichts machen. So ein... Was bringt das eigentlich? Ich hab so ein komisches Schild. Ah, die Runde war nice, Alter. Leute, hier ist einer mit so einem Auto rumgefahren aus meinem Team. Ich sag auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, YouTube. Die Runde war richtig cool. Das hat mir gefallen. 18, 14 ist gar nicht schlecht für so einen Drecksnoop wie mich. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Du musst auch Tschüss sagen, Zadi. Tschüss.